Wir kommen zum nächsten Bounce-Off-Duell. Auf Bahn 1. Der zweitschnellste aus dem Singlesprint. Meine Stärke sind Genauigkeit, Ausdauer und mehr Power. Nasser Assefi! Ich vermute, dass es wieder gut laufen wird und hier wieder mein Bestes. Sein Gegner auf der Bahn 2. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wladimir Digg! Weil ich der zweitplatzierte bin von unten. Soeben noch in dieses Bounce-Off gerutscht. Aber ich denke, wenn ich mich voll konzentriere und auch mich traue, ein bisschen was zu riskieren, dann könnte ich das gewinnen. Head-to-head, Kontrahenten sehen sich über gut 70 Meter Entfernung und dann ab die wilde Fahrt. Beide kommen gut weg durchs Achteck, beide vor der fliegenden Treppe. Beide drauf. Jetzt hat Wladimir leicht die Nase vorne, ist schon auf dem Turm und jetzt muss er abschließen. Wladimir Digg! Macht es. Zweitlangsamster beim Singlesprint, aber setzt sich durch den Bounce-Off gegen den zweitschnellsten. Nasser Assefi geht in die Lucky Loser-Runde. Noch hat er eine Chance. Ich glaube, wir waren beide sehr aufgeregt. Wenn man aufeinander zuspringt, man sieht seinen Gegner und dann ist man halt verunsichert. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass es geklappt hat. Klasse gesurft, Leute! Hallo Mann! Klasse gesurft!